Was ist es, das uns auszeichnet und zu einem weltweit führenden Spezialisten für Fahrzeugelektrik und Sensorik macht? Es ist das Streben nach Exzellenz, nach Innovation und höchster Qualität. Wir sind Bosch. Bosch Eisenach. Mit mehr als 1700 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit innovativen Prozessen und Produkten sind wir weltweit erfolgreich. Hightech. Made in Thüringen. Ob für Benziner oder Diesel. Wir bieten Sensoren und Getriebesteuerungen, die Autos effizienter, sicherer und komfortabler machen. Mit unseren Kompetenzen zur Elektrifizierung des Automobils leisten wir einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität. Als Spezialisten entwickeln wir Fertigungsprozesse innerhalb des Bosch Production System ständig weiter. In unseren Centers of Competence, wie für elektrische Verbindungstechnik oder für Klebetechnik, erarbeiten wir innovative Lösungen. Wir implementieren neue Prozesse und Verfahren in die Serienproduktion. Bei uns in Eisenach und in unserer Funktion als Leitwerk an vielen weiteren Bosch Standorten weltweit. Wir gestalten bereits seit vielen Jahren erfolgreich die Industrie 4.0 und vernetzen so die Wertschöpfungsprozesse, um hocheffizient und wettbewerbsfähig zu agieren. Wir stellen uns zielgerichtet auf die Anforderungen unserer Kunden ein. Dabei sichern wir stets höchste Qualität, marktgerechte Kosten und eine hohe Lieferperformance. Damit Spitzenleistung rund um die Fahrzeugelektrik jederzeit zuverlässig auf die Straße kommt. Unsere hohe Flexibilität ist ein entscheidender Faktor, um die anspruchsvollen Kundenaufträge termingerecht erfüllen zu können. Wir unterstützen gleichzeitig aktiv die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Als Arbeitgeber bieten wir interessante Aufgaben und attraktive Karrierechancen im internationalen Umfeld. Für Facharbeiter, Ingenieure und Kaufleute. Mit einem gezielten Kompetenzmanagement fördern wir die Entwicklung der persönlichen Stärken und den Aufbau unseres Know-Hows von morgen. Wir leben eine Kultur der Zusammenarbeit, mit flachen Hierarchien und dem Führen vor Ort. Unser Grundsatz ist verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln. Mit der Ausbildung vieler junger Menschen, im Verbund mit unseren Partnerunternehmen in der Region. Und durch das umfassende Angebot für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Gesundheitsvorsorge. Genauso wie im Umgang mit unserer Umwelt. Um weiter agil und profitabel zu wachsen, entwickeln wir unsere Kompetenzen kraftvoll weiter. Mit dem richtigen Gespür für den Markt. Wir sichern die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Beschäftigung. Und werden die Zukunft erfolgreich gestalten. Wir sind Bosch. Bosch Eisenach. Hightech made in Thüringen. Und darauf sind wir stolz.